Und bisweilen habe ich den Eindruck, er magt mich nicht. Kennen Sie das? Nein. Ich schätze, sie bleibt heute noch bei diesem Eschbach. Hans Eschbach. Ja, das ist sowas wie ein Schriftsteller. Er hat interessanterweise ein Buch über Wehrwölfe geschrieben, das bei ihr im Laden lag. Ja, ist ja gut, Bäcker. Eilen Sie sich und kommen Sie hierher. Hier spielt die Musik. Aber man kann aufgefangen werden. Liebe kann erlösen. Thomas hatte gesagt, er müsste auf eine längere Reise. Wissen Sie zufällig, wo er... Ich brauche dich. Es geht nicht ohne dich. Ich... Bitte umleben. Herr Eschbach, ich möchte nicht, dass Sie so sprechen. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass der Abend so... Ich würde jetzt lieber gehen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie mich mit einem Augenblick. Ich bin sofort zu. Ich werde dich jetzt hier einsperren. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Wissen Sie, das ist nur zu deinem eigenen Schutz. Also, Bruno. Sitz. Und wenn irgendwas passiert, dann werde ich. Hallo? Fernsteck? Mein Gott, Kalle, das ist alles wie in einem Albtraum. Und er selbst. Warum hat er nie mit uns darüber geredet? Werwölfe wissen am nächsten Tag nicht mehr, was sie nachts Grauenhaftes getan haben. Erst mit dem... Das war's für heute. Guten Tag. Mein Name ist Thomas Krömer. Wenn ich mich in... Wenn ich mich in wenigen Minuten in einen Wehrwolf verwandle, dann ist dieses Video ein einmaliges Dokument für die... Für die Nachwelt. Dann gibt es sie wirklich. Wehrwölfe. Dann bin ich infiziert worden. Damals. Nachts. Es muss etwas passieren. Dann bin ich ihr Mörder. Wenn das so ist... Dann werde ich sterben. Wie ist das Ritual verlangt? Es tut mir leid. Auf Wiedersehen. Er ist hier. Krömer. Gut, Foss. Sehr gut. Jetzt passen Sie auf, dass er die Wohnung nicht verlässt. Es darf nichts schief gehen. Ich bin gleich bei Ihnen. Wir sind gleich bei Ihnen. Sie hat in die Stellung kam. Ja. Hier, falls du wissen möchtest, was uns erwartet, lies das. Es ist nie zu spät, Sie zu informieren. Es ist nicht zu spät, Sie zerstören. Es ist eine Waffe. Was ist das? Oh, oh, oh. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Soviel zum Thema Wehrwolf. Bruno? Bruno? Na? Alles in Ordnung bei dir? Ja? 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 Ja?